Hallo und da sind wir auch schon wieder stilecht am ersten des Jahres. So, eine Errungenschaft freigeschaltet. Ach ja, und ich habe in der kurzen Zeit, wo wir uns nicht gesehen haben, so zwischen den Jahren, äh, nein, nix mit Rosaria angefangen, aber noch zwei weitere Figuren, ähm, hochgestuft auf Stufe 40. Ich habe ja Euler schon mal, äh, aus Versehen auf Stufe 40 hochgestuft und aufsteigen lassen. Und jetzt können wir endlich mal Kapitel 5, äh, unseres, unserer Exkursion hier, ähm, ja, fertig machen. So, und neues Kapitel, Kapitel 6, und ihr, ihr wollt schon sagen, wir haben doch nicht alles. Och, die Geohypostase einmal besiegen, drei beliebige Figuren Aufstiegsstufe 2 erreichen, ja, da müssten wir sie ähnlich wie eben. Okay, na, was haben wir denn hier? Drei beliebige, beliebige Sphären des Segens, äh, also für Artefakte bestehen, haben wir gemacht. Den gewundenen Abgrund, ja. Die Elektro- und Anemo-Hypostase im Einzelspieler besiegen, ist ja auch nicht viel. Drei beliebige Waffen Aufstiegsstufe 2 erreichen, ja. Ja, würde ich das nicht machen, könnte ich nicht auf dem, äh, momentanen Level, ähm, meiner, der meisten meiner Leute rum, äh, rum erfolgreich, äh, oh Gott. Lege einer beliebigen Figur ein Artefakt-Set mit mindestens drei Sternen an, äh, aktiviere den Set-Bonus für vier Teile. Ja, ähm, das ist auch halt gar nichts. Ne beliebige Waffe auf Stufe, äh, 50 hochpushen und aufsteigen lassen, das ist, ja. Ja, kauf ein beliebiges Objekt beim Andenken-Händler. Allein schon, weil man, äh, allein schon, weil man den, äh, Anemo-Reisenden etwas verbessern möchte, sollte man das ja. Und schalte fünf Schreiner der Tiefe frei, ist halt auch nichts, ne. Ja. Was das angeht, können wir, kann ich es jetzt hier mal direkt zeigen. Und zwar, ich hab mir gedacht, ich, äh, level zwei Charaktere auf, die ich eh eigentlich nicht nutze, nämlich Beidou, Beidou und Xianling, damit sich halt bei dem Rest, äh, nichts wirklich ändert. Und, wir könnten sie halt echt schon, jo, wir könnten sie locker beide hochstufen. Ähm. Das wär auch kein Problem. Lediglich die Geohypostase. Ähm. Da müssten wir dann hier hin. Können wir ja vielleicht nächste Folge machen, oder? Hm, muss ich mal sehen. Ich wollte jetzt erstmal den Auftrag von Soraya machen. Von der Gelehrten. Die Gujong-Mahnungen. Was für ein Hinweis verbirgt sich hier? Ich bin bereit. Gehen wir und finden den Schatz. Äh. Äh. Wieder so. Haha, du hast aber Ausdauer. Na gut, dann entziffern wir eben die Gujong-Mahnungen. Leere Weisheit, gebunden an Moral, mit starken Muskeln und vereint im Herzen. All dies fließt in der Guili-Stätze zusammen. Vom Text an Leiden ließ es sich wie eine Ermahnung für das tägliche Leben. Aber wo ist denn in diesem Satz nur der Hinweis auf den Schatz? Es hilft alles nichts, wir müssen den unbequemsten Weg gehen. Wir haben es ja so gewollt. Diese sieben Passagen, die wir zuvor gefunden hatten, befanden sich alle irgendwie in Ruinen. Wir wissen nicht so genau, wo wir anfangen sollen. Daher wäre es wohl besser, wenn wir weiter in den Ruinen suchen. Wo sollen wir suchen? Ich soll... Das alles soll ich noch einmal komplett durchsuchen? Ich werde mich nach Libra begeben und alle dortigen Ruinen durchsuchen. Ja bitte nicht. Das hier ist kein Gothic. Wobei, das Gute hier ist ja wenigstens, es gibt hier keine Fallen gespickten Tempel. Und dann noch einen Fallen gespickten Tempel. Und dann noch einen Fallen gespickten Tempel. Und dann... Ihr erwartet jetzt einen Fallen gespickten Tempel, ne? Ne, ne, dieser Fallen gespickte Tempel. Der ist in einem Fallen gespickten Tempel versteckt. Ja, ja, ist der große... Okay, wo sollen wir suchen? Gut, was das Suchgebiet angeht, lassen wir uns erstmal in der Guili-Ebene verweilen. Du musst verstehen, ein Gelehrter wie ich kann mit deinem Schritttempo doch gar nicht mithalten. Daher überlasse ich dir das Durchsuchen der Ruinen. Solltest du etwas finden, komm zurück zu mir und erzähl davon. Da wir gerade davon sprechen, ich habe in der Nähe eine Ruine entdeckt. Darin fand ich eine seltsame Scheibe mit Schriftzeichen darauf. Zu jener Zeit jedoch war ich mit anderen Studien beschäftigt. Und habe mich nicht intensiv damit beschäftigt. Rückwirkend betrachtet, hatte die Scheibe aus dieser Ruine vielleicht etwas mit den Gujong-Mahnungen zu tun. Wenn das so ist, mache ich eine Markierung für dich auf der Karte und du kannst dich dort einmal umsehen, ob du etwas findest. Wir hatten gerade nicht den Fall, dass es asynchron wurde, das Video. Ich habe einfach schon weiter gedrückt, obwohl ich noch nicht fertig war mit dem Lesen. Also, falls sich da irgendjemand gewundert hat, nein. Nix asynchron, alles in Ordnung. Ja. Ähm... Ne, da will ich überall nicht hin. Das hier sah irgendwie komisch, interessant aus, aber hier ist nix. Bloß etwas mehr Vegetation. Hm. Hm. Äh, ich glaube, ich muss da typisch hin. Ja, komm. Zwift und Mercifor. Ja. Mit Zusammenarbeit ist unbeirrbar. Komme, was wolle. Okay. Äh, da hätten wir jetzt direkt zum nächsten Körn kommen sollen, kommen können, ne? Äh. Ich meine, die waren irgendwo da hinten. Aber jetzt die eine Silie? Ach, das dürfte die da hinten sein. Äh. Ja, hier keine Müdigkeit vorschützen, Silie. Wir haben viel zu tun. Äh. Aber ich kann schon mal sagen, ja, das mit dem Plan, das nächste Mal die Geohypostase, äh, zu machen, nö, das kann ich mir abschminken. Ja. 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 glaubt nämlich, ich werde hier etwas zu lange brauchen und, äh, deshalb Ja Also, sorry, aber ihr ihr seid nix Und wenn ihr euch gerade fragt, warum ich äh, wirklich für drei solch schwache Gegner ein Special nutze Ja, ganz einfach Ich wollte es nicht so lange haben Ich wollte damit möglichst schnell fertig werden Und wer sich gerade fragt, wie schwach sie wirklich sind Ich habe, äh, äh Ich habe eine Tierlist von einer Menge Gegner, äh, gemacht Ich weiß, sowas wie die Zizin Äh Wie die Zizin Mag, äh, ne Wie die Zizin, die, ähm Diese fliegenden Teile da von den Magierinnen Die fehlen, aber Ich habe das, äh, nur gerankt, die Die eigentliche, äh, Tierliste hat irgendjemand anders erstellt Und, ähm Autsch Und eben nicht ich Wobei man die Zizin Ich, äh, ich habe sie ja erwähnt, meine ich Und Einfach Damit Das Die können halt nix, ne Die wollen ja nicht mal spielen Ähm Ähm Bööööp Äh Übungskroßschwert Das ist ein Schatz Für dich Kannst du ihn nicht anlegen Äh Ähm Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen Ja, das ist der Nachtell, wenn man nicht fliegt Da muss man selbst dahinter kommen wo man hin muss Und das bei mir Moment Oh je, oh je, oh je Machen wir ein andermal Äh, das ist Das sind Erze Alles Vielleicht da oben Dann Ich meine irgendwo hier in diesem Gebiet Ich bin mir aber nicht mehr sicher wo War einer Ja, das ist dann so Immer einer dieser Punkte Was immer Ganz besonders viel Spaß macht Let's Player zuzuschauen Da hinten ist glaube ich Da hinten auf der Insel Aber Ja, ja, ist ja gut Ist ja verdammt noch mal gut So Also wo halt auf jeden Fall einer ist Moral ist wie ein Baum Okay Wäre das normalerweise die Letzte gewesen Von den Vieren Könnte sein Ja, das ist dann Ach, dann Ja gut Dann Äh Gehen wir Also Blutfliegen sind nerviger Als die Teile Nö, 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 nö Ich wollte mich doch eigentlich an denen vorbeischleichen Die sollten mich ignorieren Nicht, äh, jetzt So einen Blödsinn machen So, äh Nee Das war diese Hier war doch auch so ein, äh So ein Boden-Dingens Ach, wo war das denn? Ja, die auf jeden Fall Aber Wo war das noch? Ah Da Da Diese Vorrichtung will nicht mitmachen Vielleicht brauchen wir eine ganz bestimmte Herangehensweise Ah Ja, ich meine nämlich hier das Wasser mussten wir ablassen und dafür müssten wir uns mit denen rumschlagen Ach, wie ist das denn? Wie geht das denn noch? Achso, das ist ein Aussichtspunkt. Und ja, da ist ein Baum. Oder ein Gebüsch. Ein schönes Gebüsch! Wo ist der obligatorische Schalter dafür? Falls jemand noch die Ankh-Serie kennt. Ich frag mich, wo die Klospülung ist. Okay. Ja. Ja. Äh. Mach du nur. Ich hau dich jetzt! Ich weiß grad echt nicht mehr, wie das ging. Hm. Irgendwie hier vielleicht? Ja. 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 Nein. Nee, das war's nicht. Ah, das nervt jetzt grad. Ist jetzt grad fast so nervig, wie, äh, dass mir jetzt der Fuß eingeschlafen ist. Wobei das an... Das eine sorgt, äh, noch mit dafür, dass ich jetzt ein... ...einfach mal gar kein Commentary mach, weil ich die ganze Zeit überleg, wie ich da das Wasser runterkrieg. Oh! Ja. Weisheit ist wie Wasser, es nährt das Leben und ist der Spiegel zur Selbstreflexion, okay. Okay. Jetzt fehlt noch einer, was wohl dahinter steckt. Müsste halt die sein, aber... Was sagen die Reisenotizen? Ja, Weisheit ist wie... Was? Irgendwie... Mit diesen Steinplatten verbunden? Die haben wir aber doch schon, oder? Ja... Probieren... Ja... Ähm... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Ich hab das falsche Test subject... Nee... Mit denen können wir nix mehr machen... Hm... Einfach mal so frech und... Würde mich denn hier verabschieden? Weil... Ah... Der kann's nie sein... Und dann noch mal schauen, wie das denn war... Ach... Du... Ruinen von Gilly... 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 Ja... 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 Dann holen wir uns noch die, äh... Truhe... Ja... Dann holen wir uns noch die, äh... Truhe... Hm... Noch mehr Zeit... Viel Zeit! Uhhh... Ah... Zwei Geo-Siegel... Bist hier? Nöö... Nöö... Ey, das ist... Das ist echt unfair eigentlich hier mit einer 5 Sterne DPS-Larind rumzurennen. Aber naja. Ah! Ähm... Also sorry, du Tianling für Arme. Oh. Da ist doch noch ein paar Leben. Trotzdem. Hm. At least good luck doesn't discriminate by Klan. Jo. Wär ja auch doof, wenn. Wobei, äh... Ich kann, äh... Bennets Waffe ja immer noch nicht verfeinern, ne? Hm. Hm. Ja, ich guck nach und bis dahin Gruß, Zynas Fan. Aber das ist doch zumindest. Ich guck nach. Ich guck nach, äh,